hallo und herzlich willkommen zu einer runde blockpartie ja hier ist der dumme hd und ich habe dieses spiel noch nie gespielt oh mein gott naja wir gucken gleich mal was das da so erwartet und ich bin total erkältet ich glaube man hört auch ich habe richtige fette halsschmerzen und kann eigentlich kaum reden und wie gesagt ich habe das spiel noch nie davor gezockt erste runde mit euch sozusagen und warten wir mal ab ich habe ja machst ein video brauchst ein video und ja keine ahnung ich habe so ein paar fragen an euch was ihr halt noch so oft im kanal sehen wollt habe ich das schon öfters gefragt und die richtige antwort darauf bekommen wer hat auch sehr schön wenn ich auf eine antwort bekommen würde in diesem video so zu sagen oh gott mal gucken wir kommen gelb 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 ich habe mir ein cake bekauft guck mal oh gott oh gott oh gott nein scheiße verloren kommt gleich noch eine runde noch eine runde noch eine runde noch eine runde und ne 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 wartet mal wir gehen in eine rein wo schon ein bisschen voller ist ich habe jetzt keine lusten cutter zwischenzusetzen weil ich unbedingt einfach ein video brauche und da ist noch ein cutter zwischen reinzusetzen ist auch nicht gerade sehr geil mache ich einfach nicht gar keine ahnung wie gesagt ich habe halt so ein paar fragen halt so außer microsoft was man auch so machen könnte irgend so ein trolling video oder halt flappi bird das war ja auch was ganz was ganz geiles was war auch noch sehr geil ich muss gerade kurz überlegen ja der clever bot vielleicht auch noch mal eine folge von dem der ist eigentlich auch sehr sehr gut bei euch angekommen und ich glaube man hört dass mein fenster aus dem ist oh gott ja keine ahnung schreibt man die kommentare was ihr da so für vorschläge habt noch mal so ein letztfeld habbo hotel was gibt es noch da gibt es ganz viele andere sachen einfach und wer hat richtig geil dass die kommentare schreiben will was ihr da so sehen wolltet würdet und ja dann geht es auch gleich los 30 sekunden hihihi ich bin so fucking erkältet ne jetzt richtig schlimm richtig 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 schlimm mein halt tut so fucking weh also wenn dann die nächsten tage wirklich in kein video kommen sollte dann bin ich einfach wirklich krank und ich hoffe dass schon was hochläder war sorry auf den kann man sich irgendwie völlig verlassen also ich bin echt ein bisschen stück weit enttäuscht sage ich euch ganz ehrlich ja das ist ein bisschen echt abfuck aber ich habe gedacht machst du wie du bist zoweit nicht gerade gesund und daher weiß ich wie lange das video gehen wird weil einfach ich bin einfach komplett kaputt so cool oh weiß das war doch weiß bin ich farbenblind oder was ne zwar ohne okay eine runde noch kommt bin ich jetzt irgendwie fahren wir machen mal options wir machen mal das speck raus und machen mal das normales rein vielleicht sieht man da auch dann die farben einfach besser und ich habe mit dem cape gekauft ich habe mir heute mal gedacht jolo kauft du was und kämpf ich finde richtig geil ich weiß auch nicht gefällt mir vor so im cape ich habe einfach gedacht kauf mir so eins ich weiß jetzt sieht einfach richtig geil aus läuft so keine ahnung ja oh gott hat mich abkack meine stimme soll ich kack richtig ab ne ja habe ich ja daher sage ich ja ich weiß nicht wie lange das video einfach geht wenn man einfach einfach krank ist man sich schlapp fühlt da ist es nicht so geil videos zu machen und wenn man halt dann noch ein partner hat der auch nicht gerade sehr geil irgendwas hochlädt oder eigentlich gar nie was hochlädt ja das hat sehr sehr scheiße verein und ich versuche eigentlich immer was zu bringen so regelmäßigen abstand aber klappt hat sich immer auch wegen der arbeit einfach nur ist es halt dermaßen scheiße für für euch und auch für mich weil ich habe ja gesagt ich möchte jeden tag auf jeden fall video bringen ich habe halt noch jemand dem team wo mir hilft ja und wenn der halt dann nichts macht es ist echt nicht nicht einfach nicht richtig geil das ist echt heiße letzte runde los block party party so ich will jetzt auch mal diesen block in die hand ja oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott hier ah nein der ist es oh ich wäre jetzt richtig gefickt worden ne ui okay nein 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 oh man der war ganz außen das ist richtig scheiße ja gucken wir den noch zu geht es irgendwie noch zuschauen kann naja was wir gehen noch mal in die labi so ein bisschen reden so wie gesagt ich bemühe mich dass nächsten tage wieder videos kommen einfach wieder besser geht ich glaube man hört einfach wirklich meine stimme ist wirklich so am abkacken das ist echt nicht geil und man möchte einfach irgendwas wo die lobby ist umgebaut sehe ich gerade ne meine ich das jetzt nur das geht ja doch ist ein bisschen umgebaut oh halt und sieg oh ja ja keine ahnung ist es einfach wirklich dermaßen dem motiv wenn man einfach der liebe tage kann da nichts gemacht ist er könnte ja auch hören er hat das video er sieht es bestimmt auch wenn das nicht sieht ist es wirklich eine schande eigentlich für unseren kanal aber ich sag mal so wenn er wenn er da null interesse zeigt ja was will ich denn dann machen wisst ihr dann dann bin ich auch irgendwo demotiviert und wie gesagt könnte man in die kommentare schreiben wer das so sieht und wie ich einfach handeln soll wie ich handeln soll was für was würdet ihr an meiner stelle alter was würdet ihr an meiner stelle zu tun würdet ihr ihn aus dem team dumme hd entlassen würdet ihr mit ihm ein ernstes wörtchen reden was ich schon mehrmals getan habe im übrigen alter ich kriege diesen sprung nicht hin äh ja keine ahnung schreibt einfach mal bitte in die kommentare das ist ja was ganz wichtiges und einfach was ihr so sehen wollt auf meinem kanal das ist so die wichtigsten sachen was ich jetzt einfach so die nächsten tage also raus suche und mit durchlese und ja ich wollte eigentlich heute endergames noch eine runde machen denn nur ich komme in dieses scheiß endergames doch wenig rein weil das einfach so fucking überfüllt ist ich weiß auch Alter ich weiß auch nicht was da los ist aber wieso zocken das so viele leute ich meine ich finde es nicht so geil ich habe es bis jetzt noch nie gezockt das gebe ich aber auch zu naja egal wenn euch die runde diese kurze runde trotzdem gefallen hat ne würd mich ein daumen hoch sehr sehr freuen auch sonst ein thema äh was ich einfach so zocken könnte irgendwie keine ahnung äh nochmal anderunde clever board flab karaoke wird äh äh was neues keine ahnung wie gesagt schreibt es in die comments und ähm wir zweiten sind die gesagt da auch mit mich trotzdem sehr freuen trotz taschen läuren bääna an stimme äh sonst wie gesagt betray des kostenlos ich bin weg und ähm sage JACK bis zum nächsten mal ne 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 ne